Was ist geschehen YouTube, herzlich willkommen. Heute gucken wir uns den Father, Father, Old Father oder was auch immer an, den Kronoskin auf jeden Fall, der neu rausgekommen ist. Wir werden uns mal die Abilities angucken und was der so alles mit sich bringt. Ich weiß jetzt nicht wie viel der kostet, ich glaube 600, 600 Games oder halt ein bisschen weniger. Das weiß ich jetzt nicht, 600 über 400. So, und jetzt lassen wir dem Boy erst mal reden. Das ist gut. Er überlegt halt noch, was er sagen soll. So, wir gucken mal auf der Wave-Fähigkeiten aus. Mal die drei als erstes machen, in den Minion-Wave kommen. Okay, das sieht... Oh, das ist schön, wie er leuchtet da. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das sieht schön aus. Wir schauen uns mal die Ulti an. Okay, die Ulti ist das Geilste mit dem Baby drin. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall der neue Kronoskin, Old Father, der jetzt rauskommt. Also mir gefällt er eigentlich ziemlich gut. Die Fähigkeiten sehen aus, kämpfen wir mal einmal gegen unseren Barfreund. Sehr armer Junge muss man leiden. Ja, sieht sehr schön aus. Mir gefällt er. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen und tschüss. Bis dann. Zusehen und tschüss.